Als ich vor 22 Jahren nach Berlin kam und alle diese Baustellen sah, dachte ich, toll, Mensch, eine neue Stadt entsteht. In ein paar Jahren werden sie fertig sein und es wird alles hier glänzen. Inzwischen weiß ich, dass das natürlich Wunschdenken ist. Die werden nie fertig. Baustellen vermitteln ein Gefühl der Hoffnung, dass irgendwann mal in 20 oder 30 oder 50 Jahren irgendwas ganz Neues, anderes entsteht. In Russland weiß man nicht, oder in Moskau, was morgen eigentlich sein wird. Deswegen wird dort jede Fläche in erster Linie als Werbefläche benutzt. Meine Tage sind gezählt, schrieb mir mein Onkel. Bevor ich sterbe, möchte ich aber noch gern einmal die Welt bereisen. Vielleicht nicht die ganze Welt, vielleicht nur Europa oder gar nur Deutschland und auch dort nur Berlin. Kurzum schicke mir bitte eine Einladung. Viele denken, die Welt würde an irgendwelchen Katastrophen untergehen. In Wirklichkeit geht die Welt an unseren kleinen Streitigkeiten zugrunde und wird durch private Beziehungen zusammengehalten. Was mir sehr wichtig war bei diesem Buch, dass da zwei Biografien, zwei Geschichten aneinander knüpfen und man sieht durch meinen Umzug nach Berlin, durch den Besuch des Onkels, dass eine wunderbare Welt, eine sehr interessante Welt zu Ende geht und eine neue, vielleicht weniger interessante und weniger spannende, aber durchaus eine liebeswürdige Geschichte beginnt. Es kommt immer gut an, wenn man selbst daran glaubt, wenn man selbst Spaß daran hat. Das habe ich versucht in meinem neuen Buch zu zeigen, dass alle diese Menschen zusammengekommen sind in einer Stadt, die wie eine Baustelle aussieht, dass alle diese Menschen mit ihren Geschichten, mit ihrer Vergangenheit, mit ihren Wünschen und Träumen zusammen so etwas wie eine neue Gesellschaft bilden. Wir können etwas darstellen, was es früher hier nie gegeben hat. Achtung, Aukleis 12 fährt ein zum 536 Ausgang.